Herzlich willkommen zum vierten Teil der Videoreihe Codesys in der Gebäudeautomatisierung. Zusammen mit Ulrich Mayer, unserem Spezialisten für die Gebäudeautomatisierung, wollen wir Ihnen heute ein Zusatztool vorstellen, nämlich den Codesys Application Composer. Dazu zunächst eine kurze Einführung. Der Codesys Application Composer ist ein Zusatztool zur effizienten Erstellung von Applikationsvarianten aus Funktionsbausteinen und zwar ohne, dass Sie da irgendetwas programmieren müssen. Dabei ist es ein Tool im Tool, das heißt der Codesys Application Composer ist nahtlos integriert in das Codesys Development System. Die Idee ist, dass Sie auf Basis von sogenannten Modulen ihre komplette Applikation zusammenstellen in einem Modulbaum. Dabei können diese Module verschiedene Informationen beinhalten, einerseits den Funktionscode für die jeweilige Moduleinheit, andererseits aber auch Parameter, EA-Zuordnungen oder sogar Visualisierungen. Das heißt, Sie konfektionieren, das wäre jetzt ein anderer Begriff, mit diesen Modulen ihre gesamte Applikation und erstellen dann per Mausklick den kompletten Applikationscode daraus. Dazu beinhaltet Codesys einen entsprechenden Generator und wie gesagt, das kann für die gesamte Applikation verwendbar werden oder eben auch nur für Teile davon. Dabei ist dieses Tool, der Codesys Application Composer ideal für Anwendungen, die sich aus immer wiederkehrenden Einheiten zusammensetzen. Das passt natürlich ideal für die Gebäudeautomatisierung, aber nicht nur dort, sondern auch im Bereich der industriellen Maschinen- und Anlagenautomatisierung hat sich dieses Tool bereits sehr bewährt und hilft ganz enorm, den Aufwand für die Applikationserstellung zu reduzieren, weil man eben nicht mehr programmieren, sondern nur noch konfektionieren und dann generieren muss. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was wir in den vorherigen Videos gesagt haben. Wir haben ja die gesamte Applikationsentwicklung in sechs verschiedene Ebenen eingeteilt und wir haben gesehen, dass Codesys unterschiedliche Editoren dafür bereithält. Zum Beispiel den strukturierten Text, der sich hervorragend eignet, um die unteren Ebenen der Applikationsentwicklung abzudecken durch die hochsprachenähnliche Programmierung, die dieser Editor bietet. Dann gibt es den CFC, den Continuous Function Chart, einen Editor, der eher so die abstrahierte Sicht auf die Anlage, auf das Gewerk hat und deswegen sich hervorragend für die höheren Ebenen eignet. Nun, der Codesys Application Composer ist auch ein Tool, das sich eher auf die abstrahierte Sicht, also auf die gesamte Anlage, auf das gesamte Setup der Installation konzentriert und deswegen auch eher für die oberen Ebenen der Applikationsentwicklung geeignet ist. Dreh- und Angelpunkt sind wie gesagt die einzelnen Module, die man zunächst mal erstellen und dann verwenden muss. Wie das jetzt geht, das zeigt uns jetzt Herr Mayer. Bitteschön. Bevor ich das Arbeiten mit dem Application Composer an einem Beispiel demonstriere, noch ein paar Worte zu den Tätigkeiten, die dafür auszuführen sind. Zur Erstellung von Modulen folgendes. Grundlage für ein Modul ist zumeist ein Funktionsbaustein. Dieser Funktionsbaustein wird üblicherweise durch einen Softwareentwickler erstellt und dem Application Composer über die sogenannte Moduldeklaration als Modul bekannt gemacht. Die Moduldeklaration definiert die Inhalte und Eigenschaften eines Moduls, eben den Verweis auf diesen Funktionsbaustein, die Parameter des Moduls, sofern nötig EA und deren Konfiguration, Visualisierungen, Alarme oder auch Geräte und Beziehungen zu anderen Modulen. Natürlich können Module in anwendungsspezifischen Bibliotheken zusammengefasst werden und für Composer-Applikationen zur Verfügung gestellt werden. Die Erstellung von Steuerungsapplikationen erfolgt durch die Auswahl und Zusammenstellung von Modulen in dem sogenannten Modulbaum, in dem an der jeweiligen Stelle nur die zur Stelle passenden Module zur Auswahl angeboten werden, was die Auswahl und Konfiguration sehr erleichtert. Danach werden die Module-Eigenschaften festgelegt, parametriert, das heißt die Parameter des Moduls gewählt oder mit entsprechenden Werten versehen, die EA-Konfiguration festgelegt oder entsprechende Visualisierungen ausgewählt, sofern mehrere zur Auswahl stehen. Des Weiteren können sogenannte Schrittketten-Module mit einem Ablauf-Editor bearbeitet werden oder konfiguriert werden und danach erfolgt die Generierung des Applikations-Codes der Steuerungsapplikationen sowie die Generierung der Visualisierung oder der gesamten EA-Konfiguration der PLC. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, applikationsspezifischen Code in sogenannten Erweiterungsmodulen zu formulieren, der bei erneuter Generierung der Composer-Applikationen unverändert bleibt, so dass man einen Gutteil der Applikationen generieren kann und einen kleineren Teil der Applikationen mit manuell erstellten Code abdecken kann. Ja, ich möchte jetzt den Application Composer an demselben Beispiel demonstrieren, das wir bereits in dem Verlauf des Webinars mehrfach gezeigt haben, unserer Wetterstation, die eine Jalousiesteuerung beeinflusst. Ich habe hier zu dem Zweck den Application Composer so konfiguriert, dass er uns eine CFC-Applikation erstellt. Diese Generierung behält die in einer Applikation vorhandenen Elemente so weitgehend bei, wie das dem Application Composer möglich ist, das heißt es ist auch möglich, Teile der Applikation sozusagen vom Generierungsvorgang dann nicht zu beeinflussen. Diese Composer-Konfiguration findet sich in einem speziellen Menüeintrag im CodeSys Studio. Wir schauen uns die jetzt mal kurz an. Die Generator-Konfiguration für dieses Projekt. Wir haben den Device-Generator gewählt, weil wir später unsere Wetterstation mit auch einem Bugnet-Input versehen wollen und zu diesem Zweck dann ein Bugnet-Device generieren müssen. Der Standard-Generator ist ohnehin gewählt und der CFC-Programm-Generator, weil wir unsere Hauptapplikation generieren wollen. Kommen wir jetzt zu den Modulen. Module oder die Modulbeschreibung finden sich im PAU-TRI. Wir schauen jetzt hier mal für zwei dieser Elemente, die unserer Applikationen vorkommen, die Modulbeschreibung an. Eine solche Modulbeschreibung ist implementiert mittels eines Funktionsbausteins, wie vorhin erwähnt, der sich auch im Projekt findet und beinhaltet als wesentlichen Aspekt sogenannte Slot-Definitionen. Das sind die Elemente, die unterhalb eines Knotens im Modulbaum eingehängt werden können. Wir haben diese Modul-Deklaration jetzt hier für unsere Blind-Control. Unterhalb eines Blind-Control kann in dem Fall hier ein Blind-Switch oder eine Gas-Detection als Submodul eingehängt werden. Und hier haben wir die Modul-Definition für unsere Gas-Detection. Und jetzt schauen wir uns den Modulbaum an. Ausgehend von den Modul-Definitionen, die wir unserem Projekt haben, entsteht dieser Modulbaum. Sofern man neue Modul-Definitionen hinzufügt, kann man die durch diesen Search-the-Project-for-Modul-Declarations detektieren und dann eventuell ändert sich dadurch der Modulbaum, wenn Beziehungsgeflechte geändert werden oder Abhängigkeiten geändert werden. Das tun wir in dem Fall jetzt mal nicht, sondern wir nutzen das vorbereitete Beispiel. Wir wählen jetzt an unserem Wetter-Stations-Input, unser Wetter-Stations-Simulated-Input, den wir aus bisherigen Beispielen schon kennen. Und lassen den Composer unsere Applikation generieren. Die Applikation ist weitgehend unverändert geblieben, wie wir es gerade gesehen haben. Es wird uns lediglich ein Funktionsblock-Instanz für unsere Wetter-Stations-Simulated-Input hinzugefügt. Und der Zusammenhang zwischen dem Wetter-Stations-Simulated-Input und der Wetter-Station ist nicht mehr notwendigerweise explizit zu machen in dieser Applikation, sondern kommt implizit über die Beziehung im Modulbaum zustande. Nun können wir unsere generierte Applikation in die SPS laden und starten. Und sehen das bekannte Ergebnis. Die Applikation läuft, wird von dem Simulated-Inputs mit Wetter-Simulationsdaten versehen und in der Visualisierung entsprechend angezeigt. Kommen wir jetzt zur Veränderung eines Aspekts, also das Wählen einer Variante eines Aspekts. In dem Fall wähle ich jetzt hier anstelle des Wetter-Stations-Simulated-Inputs, unseren Bagnet-Wetter-Station-Inputs an dieser Stelle des Modulbaums und lasse den Application-Composer die Applikation erneut generieren. Der Application-Composer hat uns jetzt hier eine Funktionsblock-Instanz vom Typ Bagnet-Wetter-Station-Inputs erzeugt. Auch hier ist wieder der Zusammenhang zur Wetter-Station implizit über den Zusammenhang im Modulbaum. Des Weiteren hat uns der Application-Composer hier ein Bagnet-Server-Device-Instanz erzeugt und entsprechend konfiguriert. Und nun können wir auch diese Applikation kompilieren und in der SPS laden. Ich hoffe, das Grundprinzip des Auswählens von Varianten und die Grundidee hinter den Modulen ist weitgehend klar geworden. Ja, die Effizienzwirkung des Application-Composers war anhand des gerade demonstrierten Beispiels sicherlich nur zu ahnen. Ich möchte deswegen mal ein Praxisbeispiel vorstellen. Firma Weiß Klimatechnik, die uns dankenswerterweise gestattet hat, ihre Entwicklung mit CODOSIS hier vorzustellen. Die Firma Weiß Klimatechnik stellt Klimatechnik für Reinräume, Messräume, OP-Räume als auch thermisch hochbelastete Räume her, die typischerweise in den Branchen Krankenhaus, Pharmaindustrie, Biologie oder Medizintechnik als auch Informationstechnik eingesetzt wird. Charakterisiert werden die Produkte der Firma Weiß Klimatechnik dadurch, dass es sich um sehr modulare Aggregate und Anlagen handelt, die in der großen Variantenvielfalt gefertigt werden. Das Regelungssystem Intelli4 ist die universelle Basis für alle Steuer- und Regelungsaufgaben in diesen Klimageräten und Anlagen der Firma Weiß Klimatechnik und integriert Schnittstellen für die Anlagenperipherie als auch Schnittstellen zur Vernetzung mehrerer Klimageräte, eine Anbindung an Light-Systeme als auch Einbindung mehrerer Displays und Einbindung in der Fernbedienung. Dieses System Intelli4 ist mit CodeSys realisiert, genau mit dem Application Composer, mit CodeSys Backnet und CodeSys Modbus sowie der CodeSys Visualisierung, in dem Fall hier CodeSys Target und Webvisualisierung, sowie mit CodeSys Alarm und Trend. Bemerkenswert ist, dass die Komposition von Aggregat- und Anlagenvarianten auftragsspezifisch mit dem Application Composer erfolgt und dabei wird sowohl die SPS-Applikation als auch die Visualisierung komplett generiert. Vielen Dank für dieses Beispiel. Wir sehen also, mit so einem Modulbaum können wir ganz komplexe Applikationen sehr einfach abdecken und daraus dann den Applikationscode generieren, ohne eine Zeile Programmcode programmieren zu müssen. Wenn Sie jetzt sagen, klingt interessant, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf. Wir werden Ihnen gerne zeigen, ob und wie der CodeSys Application Composer für Ihre Applikation sinnvoll ist, um entsprechend Aufwand zu reduzieren. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie sich auch die anderen Videos der Reihe ansehen und wir mit Ihnen in Kontakt kommen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!